Hallo Freunde und herzlich Willkommen hier zurück zu einem weiteren Part von Let's Play ARK mit mir dabei ist der Chris, hallo! Hallöchen! Weiter geht's mit ARK, meine letzten Freunde! ARK, ARK Und wie ihr sehen könnt habe ich 65 Pfeile, denn ich habe mir diese Pfeile nicht umsonst gecraftet, denn da oben da vorne backt eigentlich immer noch diese komische Dinosaurier. Wo ist denn der jetzt hin? Jetzt anscheinend nicht mehr, komisch. Oder? LOL Wie schnell der Mond aber auch ist, ne? Ich habe vorhin ein paar Dinosaurier kaputt gemacht, hey! Vor allem, ich habe so einen Pflugsaurier einmal mit dem Bogen abgeschlossen, der packte voll am Boden rum und nach zwei Schüssen war er schon tot. Ja, ähm... Ist ja mal nicht so schlecht, ne? Aber ich heute... Ähm... Was war das für ein Geräusch? Hä? Da brüllt es ein Viech. Äh... Also das ist deins. Ja gut, ähm... Ist ja eigentlich egal. Ähm... Ich möchte euch mal mein Häuschen zeigen. Ähm... Wir haben es offline mal ein bisschen... Haben wir mal ein bisschen rumgetan, um... ne zwei Etagen zu bauen, äh... ging einigermaßen gut aus, würde ich mal sagen. Schaut halt zwar ein bisschen scheiße aus, aber Hauptsache es funktioniert. So, Level 15, dann greife ich noch nicht an. Ja, ist gut. Ein kleiner. Schwandchen Deck lebt natürlich auch noch, das ist wunderbar. Ich mache jetzt mal die Fackel an. Das ist wichtig. Also... Ja, sieht halt nicht so grad, äh... Ja... Perfekt aus, aber man kommt hauptsächlich in die zwei Etage. Und darum ging es mir. So, dass ich die zweite Etage und, äh... Gefällt mir ziemlich gut. Da haben wir auch eine riesengroße Aussicht. Es fehlen eigentlich nur noch, ähm... Fenster. Kann man sich Fenster irgendwann craften? Äh... Eine gute Frage. Kann ich das nicht abbauen? Achso, das gehört gar nicht dazu. Ja gut, dann... Du hast mich auch mal erschrocken. Ja, du kleines Mistfisch, ne? Dodo. Ja, zwei, 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 zwei. Killed hier. Död bist du, ne? Die war das. So. Da hauen sie alle ab. Aber ich bin schneller. Hahaha. Komm mal her, meine... Süßen. Level 8, äh... Level 7 Dodo gekillt. Ich möchte ein bisschen Leder sammeln. Ich hab 110 Leder. Level up! Level 19. Yeah. Guck mal, meins Inventar. Was mach mal da denn draus? Ähm... Ähm... Welche Fähigkeit erhöht man den Kampfschaden nochmal? Äh... Millidamage. 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 Okay. Dann mach ich 105%. Und es schlecht 62 Punkte zu vergeben. Ich hab aber kein Boxi auch zu geben. Gut. Ähm... Ja. In A... Oh. Was das zwar... Frame Einbruch. Das war nicht schon geil. Ich möchte weiterhin nun ein paar... Ähm... Sachen craften. Äh... Wie zum Beispiel... Das hier. Das sieht doch schon mal... Jude aus. Ähm... Ich möchte noch ein bisschen das Häuschen verschönern. Dazu bräuchte ich auch mehr Holz und so weiter... Digga. Hä? Achso, das bist du. Dacht schon, da kommt ein... Da kommt ein... Raptor oder so angetanzt, ey. Soll man das Fackel an... Wie soll man das Fackel an... Ja, ich war da das... Ah, ne, da waren wir da. Lol, alter. Das ist der... Jetzt packt der da rum. Ich hab geschissen. Und schon... Also... Der ist ja eigentlich egal. Aber ich meine, es hat allgemein das, ähm... Holz sammeln und zweites... Das geht natürlich ein... Den ein oder anderen auf die... Tierisch oder... Dinosaurisch auf den Nerven. Aber... Das können natürlich zum Haus da dazu... Und ich möchte natürlich ein schönes Haus... Ja, okay... Äh... Jetzt ist kein perfektes Ort, aber ein Haus, was halt stabil ist... Und überhaupt, äh... Gut ausschaut von außen, eventuell. So... Von... Sagen wir mal so... Es gibt hier keine innere Schönheit, ne? Äh... Äh... Ja, das ist... Ist ausgestorben, sagen wir es mal so. Äh... Äh... Oh mein Gott. Warum kann... Warum kann ich nicht so viel tragen? Achso, ich hab ja so viel Holz und so weiter, ne? Ja, super. Wo ich seh' nicht. So... Ich werd' langsam fett. Das ist nicht real, aber... Ähm... Was ist mit... Oh, wie sieht's aus? Das schaut geil aus. Zwei... Werdet ihr das wahrscheinlich nicht sehen, aber ist ja egal. Ähm... Ist ja gut, dann stoppe ich mir mal ein paar Berries rein, hier. Ja... Richtig zu kommen... Kontinieren, ne? Kennst du ja. So... Aber ich bin noch echt, äh... Erleichtert, dass Fiber nicht so, ähm... Nicht mehr so viel, äh... An... Gewicht... Äh... Äh... Ausmacht. So... So... Was... Was ist das? Also das ist nur... Okay, ich dachte schon, da ist irgendwie... Ich hab' irgendwie die ganze Zeit Schiss, dass ein Raptor... Raptor... Äh... Äh... Irgendwo erscheint aber... Anscheinend ist alles gut gegangen noch. Okay. Ich werde nun mal hier ein paar... Gemäuer aufstellen. Okay. Und es pisst. Lass es pissen. Es ist doch egal. Ich hab' ne Fackel an und es pisst. Super. Schlagerfeuer bringt auch noch hier. Das gibt Sinn! Ey, komm, melden wir das, dann kriegen wir 100 Dollar. Ja, Mann! So, wie machen wir das jetzt am besten? Ich will oben natürlich schon mal ein bisschen... Ich zieh' mal das Ding da hinten rein. Moment. Oh nein! Halt's Maulkatze! Siehst du das Ding da hinten, das so leuchtet? Ich kann grad gar nicht gucken. Moment. Ähm... Ja, mach mal so, oder? Ja, komm. Das ist die Sonne, nee. Was für ne Antenne? Das Ding, das da hinten leuchtet. Ich gucke gleich, ich gucke gleich. Ich möchte hier nur mal ein paar Wände ziehen, wenn ich darf. Oh, das ist die Sonne, ich weiß nicht. Sieht auf jeden Fall nicht so aus. So. Ja, es wird langsam lieb. Ja, ich liebe dich. Ich werde dieses Haus lieben. Ich werde es... Ich nenne es Gulliver. Gulliver's Reißen. Nein, das war ein Spaß. Göttes Willen, es wird endlich wieder hell. Es wird wieder hell. Und wir haben ab den Steinen mehr. So, ich möchte gerne mal hier ein bisschen weiterhin was craften. Aber das Problem ist... Ja, ich hab... Geh weg, da ist mein Stein. Herr auf! Mein Kleinstein. So flimmend. Oh. Ähm, ja. Klappt ja ziemlich gut, ne? Ne, ich gucke da vorne. No, das ist doch scheiße. Was denn? Nur weil ich schneller bin. Hast du keine Steine mehr, oder? Ich hab hier einen Stein. Den baue ich gerade ab, ne? Komm schon. Genau so. Warum kann ich keine Axt bauen? Oh Gott. Na, mir. Hab ich denn... Da kommt ohne Wasser kein Steiner bauen. Ich weiß. Weißt du, was noch Behinderte ist? Ich kann keine Axt bauen, aber warum? Ihr habt keinen Salz. Nein. Nein. Der Chris. Hallo Chris. Hallo. Komm, schlag dich. Komm, schlag dich. Oh ja, komm. Ich brauch Setsch. Wir haben 40 RTS gerade. Während ich auch einen Baum schlag. Super. Ah! Du hast du das Wannenstein. Okay. Ich hab schon gemeint hier. Du hast mich oder so. Äh. So. Äh. So. Jetzt möchte ich gerne mal hier die zwei Dinger bauen. Gleichzeitig. Oh yeah, weil ich hab's drauf. So. 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 Ich bin nicht mehr. Ich bin von der WWF. Naja, Anti-WWF anscheinend. So wie es hier im Spiel aus. 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 Schultieren, ne? Ich brauch's mal ein paar. Äh. Ich hab. Wie viel hab ich noch davon? Ja, okay. Ich baue ich ja einmal das hier. Müsste eigentlich funktionieren. Ah ja, das funktioniert ziemlich gut. Ja. Aber zum Glück, äh. Müssen wir hier nicht mehr die ganzen Bäume hier abfällen, weil wir bekommen genug Holz von einem Baum. Oh mein lieber, schau dir. Das ist der Wahnsinn. Ich wollte jetzt eigentlich gerade, wie heißen die nochmal, die Dinosaurier mit den drei Zacken da? Priceratops. Priceratops, genau. Den wollte ich eigentlich die ganze Zeit schon wegpusten. Nur, ähm. Ich hatte halt... Ich hab schon wieder... Warum scheiß ich so viel? Nur, ich habe, ähm. Oh. Nur, ich habe leider, äh. Wie soll ich sagen? Es liegt dann auch Fleisch von dir im Ding. Keine Pfeile gehabt. Ja, ich bin gerade voll fett. Äh, Moment. Echt? So. Nochmal bitte. Dankeschön. Bin nicht immer noch dick. Nein, das spart natürlich ein bisschen Gewicht. Begut. Ich glaube, das ist einfach mal. Warte mal, ich könnte eigentlich, weil ich ziemlich viel flinkesamt habe. Nein, mir fehlen. Feierbar. Evo. Ja, ich komme gleich. Ich muss noch besser Feierbar sammeln. Ich hoffe, ich werde nicht zu fett. So. Oh, es sind nicht schön, Freunde. Schöne 30 FPS. Also, die haben die Performance echt verbessert. Das freut mich. Vor allem, man braucht die Grafikkarten, die Grafikkarten in den Einstellungen gar nicht, die wo angezeigt werden. Das ist alles eine Lüge. Das müssten sie eventuell auch mal ein bisschen anpassen. Weil ich kann alles schon auf High spielen und habe eine GTX 760. Also, das stimmt doch irgendwas nicht, ne? So, komm mal her, mein hübsches Ding. Du Level 14. Bam, voll in den Kopf. Oh, Mann. Habe ich getötet? Oh, Mann. Habe ich getötet? Nicht bewegen. Das biegt nur einmal. So, nur zweimal. So, nur zweimal. So, man kommt dick. Oh, man. Mir gibt dann nicht. Mir gibt dann nicht die Sau. So, ich räume hier ein bisschen den Sandstrand auf, weil, ähm, das gefällt mir alles hier nicht. In den ganzen Bäumen, die umgefallen sind. Wahrscheinlich vom Langhals oder so. Und ihr hört wahrscheinlich, dass er gerade einen Zug. Das tut mir natürlich leid. Ähm, ich habe vergessen, es könnte sich machen. Und ja, Deutsche Bahn natürlich wieder, ja. Die Deutsche Bahn ist schuld, ne? Ja, hallo. Ist klar, ich mein... Warum fahrt ihr mit dem Zug lang echt? Boah. Boah, ich hab's doch zu denen gesagt. Bitte nicht, wenn ich aufnehme. Ha, 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 ha. Ruf, was du bist da? Ja. 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 Da wollen noch Leute aufnehmen. Ha, ha, ha. Man, man, man. Aber die checken das echt nicht. So, gut. Also ich komme mal, ne? Also wir jetzt nicht kommen, in der Hinsicht, aber ich komm. So, gut. Ähm, 10. Du hast mir Fleisch geklaut. Ne? Du hast mir Fleisch geklaut. Ja, ich leg mir eins rein, okay. Ich hab noch genug. Ne, das war ein Spaß. Passt schon. So, ich leg mir jetzt 20 Stück rein. Sehr schön, freut mich. Jetzt habe ich wieder 78 Pfeile. Ja, 20 Stück mehr erst mal gemacht. Ich muss jetzt echt mal nochmal schnell zum Haus. Oh, schau, das sieht... Ah, das sieht zu schön. Lol. Ist völlig gerade angebiebt. Angebiebt? Da backt er doch schon. Da, 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 da. Ich hab den wieder gefunden. Genau, der. Das war der. Jetzt langt's mal's. Wie er mich anschaut, wie er den Tod schon sieht. So. Wie er nicht, wie er nicht herrennen kann, weil er voll in den Baum reingebackt ist. Was? Ich schieße ihn die ganze Zeit ab. Komm. So. Wir sterben. Du musst sterben. Sterben. Ja, ich hab ihn gekillt. Ich hab, besser gesagt, ich hab ihn befreit von seiner Last. Okay. Gut, dann, äh, möchte ich ihn mal ab. So, danke. Vielen Dank. Ja, dankeschön. Und ich habe gehört, ich bin der Lapier. Das freut mich. So, was machen wir denn wieder? Machen wir nochmal melee damage. Yes. So, da ich ja jetzt Level 20 bin, habe ich mehr Auswahl. Ähm, was nehmen wir denn? Trank Arrow. Ah, das ist das Betäuben, ne? Was? Trank Arrow. Ah, Betreffungsfall, ja. Okay, was könnte ich dann hier noch alles craften? Ähm, na. Ja. Was für Interessantes gibt's. Das lege ich ja nicht, ne? No Play 25, egal. Ich spare es weiterhin auf. Ich habe jetzt 78 Punkte zu vergeben. Alter. Äh, kannst du vielleicht mal ausnahmsweise den Ding machen, den Preserving Pin? Bin? Warum? Da kann man das Fleisch länger haltbar machen. Ich guck dann gleich mal. Ich muss aber jetzt hier erstmal das Haus fertig machen. Das wird...